Urdhva Prasarita Padasana ist eine liegende Stellung zur Stärkung der Bauchmuskeln. Vom Liegen strecke die Arme nach hinten aus. Das ist dann Prasarita. Das heißt, du bist stark ausgedehnt. Jetzt hebe die Beine hoch und halte erstmal die Füße zusammen. Auch das wird manchmal als Urdhva Prasarita Padasana bezeichnet. Du bist weit ausgedehnt und die Beine sind oben. Prasarita kann ausgedehnt sein, kann aber auch heißen gegrätscht. Und wenn du aus dieser Stellung die Beine auseinandergibst, ist das eine andere Variation dieser Urdhva Prasarita Padasana. Beide Variationen stärken die Bauchmuskeln, erfordern ein gewisses Körpergefühl, denn du solltest die Lendenwirbelsäule im Boden halten.